Was ist der berühmte Sturm auf die Normannenstraße? Und vorne stiefelte man dadurch irgendwelche unbedeutenden Räume und das Ganze wurde dann auch noch als großes Volksfest da verkauft. Also da war mir natürlich, also wenn man heute im Nachhinein sieht, wie lange es nun gedauert hat, das, was im Rahmen der Aktion Rosenholz von der CIA nach Washington geholt wurde, also das wieder zurückzukriegen, dann kann man natürlich sagen, das konnte man sich damals an allen fünf Fingern abzählen. Also wenn ein sozusagen ein System wie die DDR die Archive öffnet, dass da also nicht nur gutwillige Menschen davor stehen, die dann nach ihrer eigenen Karteikarte suchen, um zu gucken, ob sozusagen der Nachbar da den Westbesuch gezählt hat, sondern dass dann auch in einer solchen Situation natürlich ganz pragmatisch orientierte Kräfte zugreifen und sich das holen, was sie haben wollen. Anders ausgedrückt, nach meiner Auffassung, und das hatte ich auch am runden Tisch übrigens deutlich gesagt, war die Spionageabwehr zur damaligen Zeit durchaus eine bedeutsame Funktion des Sicherheitsapparates, aber am runden Tisch saßen eben auch Leute, die schrien keine Gewalt und darunter stellten die sich vor, dass ein Staat überhaupt keine Gewalt mehr anwenden darf, auch nicht jemand abwehren darf, der da in seinen Archiven sozusagen von außerhalb des Landes herumstochern will. Also da gab es sehr viele Illusionen und auch, es gab sehr wenig Leute auf Seiten der Opposition, die überhaupt in Institutionen denken konnten. Also die wussten, was ein Staat war oder wie ein Staat in sich funktionierte, wenn er demokratisch funktioniert oder als demokratischer Rechtsstaat funktioniert. Also es ging dann mehr sozusagen, es war mehr geprägt durch viel Gefühl und wenig Verstand, um es mal deutlich zu sagen. Also man war gegen den Sicherheitsapparat, aber man konnte sich natürlich schlecht zu der Auffassung durchringen, dass natürlich keine Gesellschaft ohne einen Sicherheitsapparat existieren kann und dass es nur um den wesentlichen Kern ging, nämlich dass sich die Repression ja immer nach innen richtete. Das musste abgebaut werden. Aber kein Mensch hatte doch was dagegen, wenn sozusagen das MFS verhindert hätte, dass hier CIA in der Normannenstraße ordentlich zugreift und sich die Taschen da mit Dokumenten vollhaut. Da hätte doch kein Mensch was dagegen haben können. Und wer das abgewehrt hätte, wäre doch egal gewesen. Hauptsache es wäre abgewehrt worden. Aber das war zu der Zeit also niemandem klarzumachen. Wie gesagt, da war sehr viel Gefühl und sehr viel Emotion dabei und man wollte auch da dann mal quer durchmarschieren, so wie man eben durch Wandlitz durchmarschiert ist. Das gehört, wie es scheint, dann zu solchen Ereignissen auch praktisch mit dazu, sage ich mal.